Das McKinsey-Modell, auch bekannt als Neunfelder Matrix, ist ein wichtiges Werkzeug zur Analyse von Produkten und Dienstleistungen. Es wurde von der McKinsey Company und General Electric entwickelt und hilft, die Marktposition eines Unternehmens zu bestimmen. Das Modell analysiert zwei Hauptfaktoren, die Wettbewerbsposition und die Marktattraktivität. Die Wettbewerbsposition bezieht sich auf die Stärke des Unternehmens auf dem Markt, einschließlich Produktvorteile, Preis- und Kostenposition, Markenimage und Marktanteil. Die Marktattraktivität hingegen bezieht sich auf die Anziehungskraft des Produkts oder der Dienstleistung für den Kunden. Diese beiden Faktoren werden in einem Matrix-Diagramm dargestellt, das neun Felder hat. Die Felder repräsentieren verschiedene Kombinationen von Wettbewerbsposition und Marktattraktivität. Das Modell hilft Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerten und ihre Strategien zu entwickeln. Es kann beispielsweise helfen, zu entscheiden, ob ein Produkt weiterentwickelt, eingestellt oder auf dem Markt positioniert werden sollte. Das Modell ist ein dynamisches Werkzeug, das ständig überwacht und angepasst werden muss, um effektiv zu bleiben. Es ist ein Prozess, kein Endzustand. Es erfordert ständige Überwachung und Anpassung, um effektiv zu bleiben. Das Modell ist ein Werkzeug für Führungskräfte und Manager. Es hilft ihnen, ihre Einheiten zu verstehen und ihre Strategien zu entwickeln. Es ist jedoch kein Ersatz für gute Führungsfähigkeiten und gute Entscheidungsfindung. Es ist ein Werkzeug, das in die Hand genommen und an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden muss. Das McKinsey-Modell ist ein wichtiges Werkzeug zur Unterstützung der strategischen Planung und Entscheidungsfindung. Es hilft Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen effektiv zu positionieren und ihre Strategien zu optimieren. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf Mehr klicken und dann auf den Link.